So, willkommen zurück bei Monster Boy and the Curse Kingdom und irgendwie bin ich slash confused hier. Ich gehe nochmal runter. So, hier waren wir. Moment. Ja, klar, waren wir hier schon. Waren wir hier schon? Echt? Hier wird eine Tür angezeigt. Ah, okay. Ha, lol. Alles klar. Hier kommen wir noch nicht weiter. Ich verstehe. Wait a moment. Komm nochmal hierher, bitte. Komisches Ding. Vielleicht nicht. Kann ich den unten hoch stashen? Kann ich den unten unten hoch stashen? Okay. Es gab also hier noch einen Weg, den wir noch nicht hatten. Offensichtlich. Geil. Okay. Ja. Selten doof. Aber okay. Got it. Okay. Okay. Wir haben jetzt so... Fuck. Fuck. Okay. Okay, okay. Aber wir wissen jetzt, dass es hier lang geht. Und so weiter. Und so weiter. Boah. Okay. Auch wieder eine geile Stelle. Zum Spaß haben. Zum Spaß haben und aufregen. Los geht's. So, hier müssen wir uns... Ah, okay. Das geht. Wunderbar. Kannst mal hier eben... Boah, ernsthaft? Nein. Uh. Okay. Du schaffst. Jeha. Wieder ein Stückchen weiter gekommen. Hier können wir wohl irgendwas mit... Aha. Ah, Moment. Das erklärt sich ja schon fast von selbst. Ich glaube, fast. So, das geht jetzt hoch. Check. Ähm. Okay. Ah. Hier ist ein Weg für die Schlange. Jetzt komme ich doch oben raus. Und jetzt? Aha. Check. Über da. Und da drüben war doch auch noch irgendwas. Würde ich meinen. Achso. Jetzt sind wir wieder hier. Moment. 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 Ich habe mich doch nicht verguckt. Ganz toll. Hier hätte man einen Easy Mode machen können. Sehr schön. Gut zu wissen. Hier kommen wir direkt drüber. Hier müssen wir auf Blitz zaubern. Was was auch immer dann passiert. Zu Blitz. Ich werde gleich mal wechseln. Okay. Ich bin ja gar nicht so blöd, wie ich hier aussehe. Manchmal. Moment. Komm ich noch irgendwo anders hin? Nee. Ich werde gleich nochmal nachzucken. So. Und an der nächsten Stelle. Wo sind wir jetzt? Irgendwo können wir noch hier hin? Äh. Okay. Wir gucken uns nochmal ein bisschen weiter rum. Wie war's mit dem Live-Point? Wofür ist das hier wieder? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Aber okay. Ewig langer Weg hier. Okay. Hier komme ich wohl eindeutig nicht weiter. Würde ich meinen. Oh. Drecksviecher. Okay. Hier geht es nicht weiter. Das ist aber nicht so schlimm. Dann laufe ich halt eben hier lang. Wieder. Ich frage mich, wofür das hier ist. So. Hier hoch. Oder irgendwo. Aha. Irgendwas ist hier oben. Da komme ich aber noch nicht hin. Das heißt, das hier ist der einzig wahre Weg. Mal gucken, ob es hier irgendwie noch irgendwas gibt. Nee. Äh. Okay. Okay. Das ist hier noch auch blöd. Ich kann nicht einfach hochdashen, wie gut ist. Ähm. So. Das haben wir hier noch. Ich wette, dass ich das hier kaputt mache. Okay. Okay. Check ich nicht. Aber okay. Hier komme ich hoch. Ey. Hüp, hüp. Hoch da. Was passiert jetzt? Okay. Jetzt habe ich hier irgendwas. Ist das so ein Rädchen? Aha. Nächste Frage. Woher müssen wir jetzt das Rädchen? Das Rädchen ist hier hoch. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich nutze hier auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Terror-Schief. Fuck gar nicht. Ich nehme einfach Froggy. Und Froggy ist ja ebenfalls so immun wie der Löwe. Das heißt, der kann hier hoch und spuckt das Ding aus und öffnet die Tür. Aha. Und wieder zurück auf die Löwe wechseln. Äh. Okay. Verstanden. Okay. So, und hier abwarten, bis das Ding runterfällt. Auf Löwe wechseln. Abwarten, bis das Ding wieder oben ist. Oh. Oder auch nicht abwarten. Wegen... Na, fuck. Falsche Taste. Wegen den Spikes da oben. Boom. Es war so klar, dass das da runter muss. Ah. Wunderbärchen. Das war irgendwie noch nicht alles, ne? Da muss ja hier doch noch irgendwas sein. Oder ich muss da oben irgendwie weiter. Damit die Fontäne hier irgendwie höher kommt. Okay. Sicher ist sicher. Ich gucke nochmal nach. Am besten erst, wenn er hochgeht. So. Dadurch. Okay. Also irgendwas muss hier noch nach links heraus sein. Ich frage mich, wofür das Ding gut ist. Ist hier irgendwie eine Bombe reinwerfen oder sowas? Gucken wir mal. Oh. Das ist aber nett. Das war vermutlich nicht unbedingt das, was wir eigentlich hätten haben wollen oder sollen. Einen Moment. Ach, fuck. Ich wollte eigentlich... So. Was machen? So. Das hat ja schon richtig gut funktioniert. Ich bin natürlich auch witzig. Ich bin das natürlich auch. So machen. Ach, geil. Okay. 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 Once again. Und. So. No. Okay. Und nochmal. So. Okay. So. 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 Aber zum Glück machen die nicht mehr so viel Schaden, ich komme da Okay, wenn ich mich jetzt beeile Nein Äh, läuft Das ist einfach der Trick Nein Genau in dem Moment Sie ist ein einziger Gegner Und nochmal Nomm Nomm Nein Was ist denn hier los eigentlich Oh, ich kann nicht irgendwas mit Blitz machen Mach ich das doch mal Okay Aha Das ist so schlecht, was ich gerade geschafft habe Aber jetzt habe ich hier eine Plattform Die ich vorher noch nutzen kann So Und jetzt können sie mich hier Hochdashen Aha Und da bin ich Nein Ach komm, echt Jetzt aber Wir wissen jetzt alles Das ist blöd Genau das ist blöd So Jetzt aber So Diese Plattform ist noch safe Diese Plattform auch Oh Wait The moment Ich habe da gerade eben was gut gesehen Und zwar noch so einen komischen Haken Haha Und wir kriegen hier nochmal einen Trüffel Nom 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 Was haben wir denn hier Einen Bumerangtrüffel glaube ich Wenn mich nicht alles täuscht Geil Vier Bumeränge Kann ich jetzt nutzen Den ganzen Weg Nur für diesen Spaß hier Okay Da komme ich hin Was mache ich hier mit Ich bin mal gespannt Was jetzt hier auf uns warten wird Okay Vielleicht hätte ich hier ein bisschen Ich merke schon Der Trick wäre eigentlich gewesen Vorzulaufen Damit dieses Ding nicht kaputt geht So Das ist ja frech Dann überstellen rh Doppeln que Untermerksam Du sie 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 Baby Du sie Okay, ich muss hier, entweder muss man hier richtig schnell sein, ich glaube man muss hier richtig schnell sein, damit diese Dinger wieder respawnen, das heißt auch ich brauche hier eine freie Bahn. Nein, ich hätte nicht zurückgehen sollen, um nachzugucken, wo die Kugel ist, aber okay, hinterher ist man immer schlauer, so, once again. Ah, da kommt die Kugel, kommt kaputt und ha ha ha, der noch rechtzeitig geschnallt, dass ich hier durch muss. Wait, ah, okay. Das ist mies, ah, halte Richtung, das ist wirklich mies. Nein. Oh, zu knapp. Was für ein... Nein, falsche Richtung. Mal wieder. So, und jetzt... Ah, ich habe hier oben die Kiste freigeschaltet, sehr gut. Was auch immer diese Kiste beliefert, einen Edelstein, sehr gut. Damit könnte ich meine Ausrüstung verbessern, aber ich habe schon eine gute Ausrüstung. Und zwar diese Eisausrüstung, die ist gar nicht mal so schlecht. Ganz toll. Und nochmal. Olle Geschicklichkeitsspiele hier. Und hopp. Super, und da haben wir den Zweiten. Damit ist das Ding höher und wir finden endlich weiter. Okay, 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 habt verstanden. Ich bin blöd. Aber das wussten wir schon. Double Jump hätte es mir auch schon geschafft, äh, hätte hier auch schon gereicht. Bounce. Okay, wo sind wir jetzt? Keine Ahnung. Geil! Sonic the Hedgehog. Okay, da kommen wir nicht durch. Ui, übertreppen wir nicht. Okay. Und hier? Bounce, bounce, bounce. 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 Hier haben wir jetzt irgendwas. Aha, jetzt ist diese Tür offen. Und, ah, da hat sich jetzt auch eine Tür geöffnet. Ach, shit. Nochmal. Boing. Nein. Ah. Manu abacka des. Nee. 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 Ich bin nicht so was. Easy Mode. So. Okay. Bounce. Gut zu wissen. So, vermutlich müssen wir jetzt nochmal zur anderen Seite, oder? Aber hier können wir nochmal, dass man das jetzt übert. Okay, hier haben wir jetzt was geöffnet, aber da ist immer noch eine Kiste. Sind wir jetzt von da gekommen? Nee, wir sind nicht von da gekommen. Aber ich möchte nochmal auf die andere Seite, denn wir haben hier hundertprozentig noch irgendwas nicht frei. Oh boy. Oh boy. Okay, ich habe ein Schlimmeres erwartet. Aber wie mies ist das hier? Nee. Nein. Okay, das war zu voreilig hier. Nee, das auch. Okay. Okay, gleich habe ich, gleich habe ich, gleich habe ich, gleich habe ich geschafft. Oh, beinahe, ich habe das Ding hier übersehen. Und damit ist jetzt auch der zweite offen. Und wir können zu der Kiste. Hey, gar nicht mehr so schlecht. Yay, gar nicht mehr so schlecht. Ich hatte das Déjà-vu, ihr dürft es jetzt auch haben. Yay, Kiste. Und sicherlich wieder nur ein Kristall. Ich sagte es doch, wieder nur ein Kristall. Nee. Aber wo, wo? Ey. Nee. Ey. Da lang, da lang. Und boing. Bounce, 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 Bounce. Jump. Hä, hä, hä. Da lang. Yay. Was sind wir jetzt? Dann im Safe-Spot. Safe-Spot ist schon mal gut. Aha. Nur noch diese Passage hier. Nur noch diese Passage hier. Ja. Ja. Nur noch diese Passage hier. Ähm. Okay. Ich mach an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sind es in der nächsten Folge wieder von Monster Boy and the Curse Kingdom. Außer die Leute bei Twitch, die dürfen weiter gucken. Ich mach an dieser Stelle malen Teil des und runter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017